Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyroad News. Heute werden wir gucken, wie das Bauevent ausgefallen ist und was sich so Neues auf Skyroad getan hat. Also bleibt auf jeden Fall nach dem Intro dran. Auf Skyroad hat sich seit der letzten Skyroad News Folge einiges getan zum Thema SV. Denn in der letzten Folge habe ich gesagt, dass Tauni rausgekommen ist und ein paar andere Plugins wie das TPA Plugin. Aber richtig viele haben jetzt ihre Städte in den neuen SV gesetzt bekommen. Das heißt, dass man jetzt auf den Spielstand des alten SVs weiterspielen kann. Zudem kann man sich jetzt Rucksäcke viel leichter craften und auch die Lagersysteme haben sich verändert. Dazu wurde auch noch der RAM des SV-Servers erhöht. Statt 8 GB hat er nun 10 GB. Aber kommen wir auch schon zu den Ergebnissen des Bauevents. Der erste Platz geht an Jacka Niels. Der zweite Platz geht an Sausemaus. Den dritten Platz belegt Sturmgänster. Der vierte Platz geht an Daniel1111. Der fünfte Platz geht an Flyerchen. Der erste Ehrenplatz geht an Emanuel94. Es gab aber nicht nur das Bauevent auf Skyroad, sondern auch das Cobblestone-Event. Younga TV hat da den ersten Platz gemacht. Er hat über 100.000 Cobblestone abgebaut und 6 SBE bekommen. Old School Tabu hat den zweiten Platz gemacht. Und seine SBE sich in EP umzahlen lassen. Das hat ihn 20 EP gebracht. Yenian13 hat den dritten Platz gemacht. Und drei EP bekommen. Polux One hat den vierten Platz gemacht. Und Creepy den fünften Platz. Alle Ergebnisse findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt aber zu einer Kleinigkeit, die den Free Build betreffen. Im Free Build kann jetzt jeder Spieler mehrere Welten haben, in denen er Sachen baut. Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil dann muss man keine Angst haben, dass andere Spieler ankommen und zum Beispiel in der normalen Free Build Welt das dann grieven oder dass man Plotgriefe führt und so. Aber man kann wahrscheinlich auch, das weiß man nur noch leider nicht, Leute in seine Welt hinzufügen. Aber man kann auf jeden Fall die Welten anderer besuchen. Okay, ich würde dann aber schon mal sagen, das war es für diese Folge. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und schau, Leute. Ja, 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 schau, Leute. Bis zum nächsten Mal.